Gerade in letzter Zeit fällt mir immer mehr auf, dass vor allem Gold- und Silberinvestoren immer vom schlimmsten Szenario ausgehen, das man sich vorstellen kann. Was ist, wenn die Welt untergeht, alles im Chaos versinkt und es zu Bürgerkriegen kommt und die Stromversorgung samt Internetverbindungen plötzlich weg wäre? Warum man von seinem heftigen Worst-Case-Szenario ausgeht, weiß ich nicht. Vielleicht wegen den Mainstream-Medien, die den Leuten Angst vor Krieg mit Russland machen oder wegen alternativen Newsquellen, die Panik verbreiten, weil sie den Leuten Notfallrucksäcke oder Silbertafeln in 1-Gramm-Stückelungen verkaufen wollen. Der Sinn dahinter soll wahrscheinlich sein, dass man, wenn es überraschend zu einem Worst-Case-Szenario kommt, seinen Notfallrucksack und seine Familie mitnimmt, im Wald ein Zelt aufschlägt und dann mit anderen, die vorgesorgt haben, kleine Silberbahnen gegen Nahrung, Wasser oder Utensilien des täglichen Bedarfs tauscht. Naja, die Vorstellung ist ja schön und gut und vielleicht fühlen sich viele besser oder sicherer, wenn sie denken, dass sie damit durch eine echte Krise kommen. Aber überlegen wir doch mal ernsthaft, wie realistisch das ist. Falls es wirklich zu so einem katastrophalen Endzeitszenario kommen sollte, in dem es keinen Strom und kein Internet mehr gibt, wenn die Lieferketten zusammenbrechen und überall plündernde Banden umherziehen, glaubt ihr, dass dann jemand, der es irgendwie schafft, seine Nahrungsverräte gegen diese Banden zu verteidigen, Gold oder Silber annimmt und seine Reserven dafür hergibt? Ich glaube ja nicht. Tja, das ist aber das Hauptargument, auf das sich viele Bitcoin-Kritiker stützen. Wenn das Internet und der Strom auf Dauer ausfallen, dann kannst du mit Bitcoin nichts anfangen. Tja, das ist natürlich richtig, aber mit Gold- und Silbermünzen eben auch nicht. Wer wirklich von so einem Szenario ausgeht, sollte sein Geld anstatt in Silbertafeln und in Notfallrucksäcke eher in Zigaretten, Honig oder Klopapier investieren. Sein Haus mit einer PV-Anlage, die autark funktioniert, ausstatten oder am besten gleich das Land verlassen. Gold, Silber und auch Bitcoin sind in einer wirklich heftigen Krise alle nicht als Tauschmittel geeignet. Denn dann geht es nur noch ums Überleben und niemand wird Sachen, die man nicht unmittelbar braucht, gegen Nahrungsmittel tauschen. Aber darum geht es bei einem Wertspeicher auch gar nicht, sondern der Gedanke dahinter ist, sein Vermögen sicher durch so eine Krise manövrieren zu können und danach dann nichts verloren zu haben oder sogar noch finanziell davon zu profitieren. Bevor es Bitcoin gab, war Gold da sicher die beste Lösung, denn es ist auch schon in kleinen Stücken sehr wertvoll. Man kann also auch große Summen relativ leicht transportieren und auch verstecken. Wenn man aber mit seinem Notfallrucksack im Wald sitzt und Plünderer auftauchen, werden sie mit Sicherheit alles ziemlich gründlich durchsuchen und die Wahrscheinlichkeit, dass sie die Goldbahn finden, ist ziemlich hoch. Wenn das passiert, ist alles weg und man steht nach der Krise mit leeren Händen da. Davon mal abgesehen, wird es auch schwierig werden, mit seinem Vermögen in Gold oder Silber im Gepäck das Land zu verlassen. Denn der Zoll wird einen dann sicher nicht durchlassen und im schlimmsten Fall sogar alles beschlagnahmen. Was viele Leute, die Bitcoin kritisieren, als absoluten Vorteil von Gold sehen, also dass man etwas in der Hand hat, das man anfassen kann, ist in einer echten Krisensituation eher ein Nachteil. Bitcoin hingegen kannst du überall mit hinnehmen, ohne dass es jemand weiß. Denn deine Coins sind nicht, wie viele denken, auf deiner Hardware-Wallet gespeichert, sondern sie sind immer auf der Blockchain. Zugriff hat der, der den Private Key hält, beziehungsweise wer die Sicherheitswörter kennt. Du musst dir also nur 12 Wörter merken und physisch nichts mit dir fühlen. Kein Blünderer kann dir dein Vermögen wegnehmen und du kannst, ohne dass jemand weiß, dass du dein ganzes Geld bei dir hast, Ländergrenzen überqueren. Vorausgesetzt, dass man die dann überhaupt noch passieren darf. Das Wichtigste ist, dass der Strom und das Internet nicht ewig weg sein werden. Jede Krise hat ein Ende und wenn die digitale Infrastruktur wieder läuft, dann läuft auch Bitcoin ganz normal weiter. Wertspeicher wie Bitcoin oder Gold sind eben genau das, ein Speicher für Werte und keine Krisenwährung. Bitcoin hat aber bedeutend bessere Eigenschaften, um seine Werte in einer Notsituation sicher zu verwahren, zu verstecken und gegebenenfalls auch zu transportieren. Wenn das Internet wieder läuft und die Extremsituation durchgestanden ist, brauchst du nur einen Computer und kannst dann, egal wo du auf der Welt bist, wieder auf dein ganzes Vermögen zugreifen. Bitcoin ist bedeutend mehr als nur Einsen und Nullen, sondern es ist digitales Eigentum. Niemand kann es dir wegnehmen oder dich daran hindern, Transaktionen zu tätigen. Warum solltest du ein Banken? Maybe du musst dein Banken, aber was über die Banken in Lebanon, das Stole everybody's Geld und dann verschwunden hat und dann gewandert es? Was Banken solltest du in eine Warzone sein? Was Banken solltest du wenn die Kürze ist collapsing? So, die Welt braucht ein Banken, es braucht ein Banken, es braucht ein Property, das ist beyond die Richtung der Regierung, ein Corporationen, ein Individuell. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass wir die Möglichkeit haben, Werte abzuspeichern, ohne physisch etwas aufbewahren zu müssen. Und das Beste, man muss dafür keiner Bank, keinem Staat und auch keiner anderen dritten Partei vertrauen. Nur du hast Zugriff und nur du bist der Herr über dein Geld. Flächendeckende Strom- und Internetausfälle, die mehrere Tage oder Wochen anhalten, sind in meinen Augen nicht nur extrem unrealistisch, sondern außerdem, falls es doch dazu kommen würde, kein Problem für Bitcoin. Denn sobald der Strom wieder da ist, läuft das Netzwerk wieder und nichts ist verschwunden. Bitcoin ist im Gegensatz zu Gold total begrenzt. Man kann es in wenigen Minuten über die ganze Welt versenden und man muss es nicht physisch verwahren. Es kann nicht gefälscht werden und jeder kann jederzeit die gesamte Umlaufmenge und jede Transaktion auf Richtigkeit überprüfen. Ich meine, wer weiß schon, wie viel Gold wirklich im Umlauf ist. Kontrollieren können wir das nicht. Also denk mal drüber nach, auch wenn du bis jetzt eher zu physischen Werten tendierst, ob es nicht vielleicht eine gute Idee wäre, neben Gold und Silber zur Absicherung wenigstens auch ein bisschen Bitcoin ins Portfolio aufzunehmen. Ich meine, was hast du zu verlieren? Wenn du bis jetzt noch gar nichts mit Bitcoin am Hut hattest und nicht weißt, wo du anfangen sollst oder einfach gerne jemanden hättest, der dich an die Hand nimmt und vor Fehlern bewahrt, dann schau dir doch gerne mal meinen vollumfänglichen Bitcoin-Starter-Kurs an. Dort erfährst du in kurzen, leicht verständlichen Lektionen alles, was du wissen musst, sparst extrem viel Zeit, unterhältst zu allem Praktischen genaue Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Falls du trotzdem Fragen oder Probleme haben solltest, ist persönlicher Support durch mich natürlich auch inklusive. Ansonsten solltest du, wenn du auch in Zukunft nichts Wichtiges über Bitcoin mehr verpassen und immer auf dem Laufenden bleiben willst, jetzt noch schnell den Kanal abonnieren und vor allem beim nächsten Video unbedingt auch wieder einschalten. Ich freue mich schon drauf. Bis dahin, macht's gut, wir sehen uns. 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 Bis zum nächsten Mal.